Das Schöne ist, wenn ich herkomme, das erste, was ich mache, ist erstmal Hausschuhe anziehen. Ich meine, wie toll es ist, erstmal auf die Arbeit zu kommen und erstmal Hausschuhe anzuziehen. Und dann dazu noch einen Kaffee. Das ist fast wie zu Hause. Die Hausschuhe, letztendlich, damit wir gut belüftete Schuhe haben. Nein, letztendlich, das sind, um gut geerdet zu sein. Der Boden ist ableitend, unsere Schuhe auch, damit wir keinen Stromschlag bekommen. Damit wir auch selber keinen statischen Stromschlag auf unsere sensiblen Messgeräte geben. Oder unsere Dutz, unsere freiliegenden Bauteile. Die wollen wir nicht schädigen. Das heißt, wir sind immer gut geerdet, sind wir sowieso, aber dass wir auch statisch entladen sind. Das heißt, wir sind immer gut geerdet, sind wir nicht schädigen. Das heißt, wir sind immer gut geerdet, sind wir nicht schädigen.